Als wir im vergangenen September noch einmal das Neandertal-Museum besucht hatten, mussten wir den Raum mit etlichen Schulklassen teilen. Auch waren, wie ich es von früher kannte, viele Familien da. Das Museum ist auch schon für jüngere Kinder sehr ansprechend gemacht. Das bescherte mir sowohl den Teaser als auch den Titel. Ich hoffe, ihr findet das genauso niedlich wie ich. Für den ausführlichen Inhalt dieses wieder etwas längeren Videos switcht bitte wieder zu Vimeo und Rumble, falls ihr nicht schon da seid. Das ist noch ein paar Monate. Wir können den Teil der Tür öffnen.